ja ja hast du den da unten mit der munition ausgeräumt? ich war da noch gar nicht dran, weil der im moment interessiert den mich nicht weil die spieler erstmal weg müssen ja ja, ich wollte nur wissen, fragen, informationen und so ne, die lassen sich immer erst alle liegen die mumpeln brauch ich eh nicht, weil die m4 da war ja ja, ich nehme dann lieber mal die munition mit er ist jetzt genau über mir ja, ich seh'n er ist am hänger jetzt ist er down der muss auch glaub ich ne defender anhaben keine ahnung, ich hab den voll an den kopf reingezimmert grad der kann von da oben runter schießen und wir kriegen den von hier unten nicht platt ey das ist das, was mir so ein bisschen richtig ankotzt ja, den einen den hab ich ja platt gemacht der liegt da ja inzwischen im geländer ja hatte man jetzt drei drei bots der da oben auf der brücke, der beim hänger und der da unten im buschwerk der schießt da der schießt da das po mach ich eben bestimmt ne Auf wen, auf was? Ich finde, weder hat der ein Server-Disconnect oder der... Wenn du genau rüber guckst, am rechten, grün-weiß gestreiften Zug, da hockt einer. Weiß nicht, ob der tot ist oder ein Server-Disconnect hat. Am rechten, grün-weiß gestreiften Zug? Ja, 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 da hockt wirklich was, ne? Hier sind die Waggonsalle-Grün. Rechts an der Mauer. Erwin. Ja, 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 ja. Nicht Erwin, Flauschi meine ich. Ja, 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 Flauschi, ehrlich. Nein, da schiebst jemand. Ich wüsste. Siehst du ihn jetzt, Flauschi? Da sind bei mir die Sträucher dazwischen. Du bist doch oben drauf, oder? Nein, das ist das... von mir aus sind aber die ganzen Bäume im weg der hockt da, das ist ein Axtwander aber der bewegt sich nicht ne der hat ein Disconnect ah dann kannst du nicht töten oder was ja ok oh der hat es absichtlich gemacht ja das war der von vorhin Puma wo du drauf geschossen hast das war der ja ständig klimpert hier bei mir ja nicht nur bei dir, bei mir auch ich hab dir ganz oft in den Kopf geschossen ja ja, hat da ein Disconnect oder Gamecrash 1 am Walden ja wenn er reconnected dann eigentlich klar instant umfallen meinst du? nein normalerweise schon ah nein der bleibt ganze Zeit am Leben jetzt kannst du auf ihn einflacken wie du willst der kriegt nichts ab ja das hatte ich nämlich auch schon ein paar Mal und ich bin immer dann ich bin wieder reingejoint und bin instant tot gewesen ja wohl kann natürlich sein wenn wir er sehen dann rechts vom grün weiß gestreift meinst du von den Tanker Hänger oder? ja ja Tanker da sind bei mir genau Bäume dazwischen der sitzt genau mittig an der Leiter wo die Leiter runter geht bei der 88 7 ach die haben alle Züge 88 7 drauf ja genau bei jedem Scheiß ist irgendwie ein Stück von einem Baum oder Busch davor ja ich dachte du wärst hier auf dem ne war auch nicht ne ne ich bin vorne an der Blechbude vorne an der Brücke beim Brückenhäuschen da läuft einer das dürfte ja der alte Mackerhaut sein Pistole ja der guckt in die Bude rein hat ne Pistol aber der kommt gleich über die Brücke ne ich glaub der hat sogar Dingens der hat sogar nur ne Axt in der Hand warte mal lass den doch mal über die Brücke laufen warte mal lass den doch mal über die Brücke laufen weil da sind nämlich ein paar Tote und die haben noch Waffen und so ein Zeug weil dann lootet der da was vielleicht wie möglich bei mir ist ein Spieler wo? ist tot ist tot Axtwander ja und der andere der ist noch hinter dem umgekippten Auto was auf dem Dach liegt da rum wo ist denn da die ganze Zeit? ne ich wollte ihn endlich down haben will der ist down ja Axtwander ja wie ein Axtwander ja Axtwander war das oben auf der Brücke nein links von der Brücke der liegt jetzt der der ganze Zeit AFK rum stand oder was? nein der AFK der steht immer noch AFK ist der 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 wo da rum gesprungen ist? ja ja der ist down ja dann haben wir drei ja 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 bloß so viel wieder rum geballert hat wird der bestimmt schon einen getötet haben Ah, der Typ hier, der ist in der AKN. Ich freue mich jetzt mal mit der Munition ein bisschen aus. Die AKN kannst du schön liegen lassen. Ah ja, wir räumen nur die Munition aus. Das ist natürlich auch die Frage, kommt da jetzt noch was oder kommt da nichts mehr? Die Mann tot. Was? Die Mann tot, was soll denn da noch kommen? Da kommt nichts mehr, der eine ist ja AFK da drüben. Der ist ja nicht wieder reingekommen. Da rennst du hin? Was? Da rennst du hin? So? Ja, wegen deiner AKN. Sollte ich die nicht liegen lassen? Ja, die liegt auf ihrem Busch. Der rennt dann da die Straße durch? Ich! Ach so! Ich bin noch unter der Brücke gewesen. Ja, ne, weil du hier in deinem Bereich warst, deswegen dachte ich... Ja, ich bin unter der Brücke, deswegen. Und der Typ da? Oh, jetzt brauche ich ein bisschen Cover, weil... Ich hab ein Morphine gefunden. Und wenn ihr Morphine findet... Ja, ja, ich, also... Ja, genau, also... Du hast ja gar nichts dabei, den behalten wir mal. Ich hab ja noch zwei. Also, einen habe ich jetzt gerade in Benutzung und den anderen... Hä, warum kann man die Jacke hier nicht bluten? Doch, da... Sollen wir mal jetzt zum Hotel gehen? Ja, jetzt weiß ich, warum der hier oben nicht verrecken wollte. Der hatte ne Defender. Ja, siehste. Guck mal zu diesem AFK-Typen da. Lalalala... Wie stumpf! Wer war denn schon hier im Kiosk, oder? Ich. Ich hab noch nen Morphine-Stick. Aber der ist ganz schön am... äh... Husten hier, der Typ hier. Wo bist'n du, wie er grade schießt? Vorne, fast vor der T-Kreuzung. Ja, da schieß du. Sag mal, du musst dich auch mal treffen. Wenn er hier mitten im Bus steht und rumlacht... Und du den nicht siehst... Äh, ich bin hinter dir, Junge. Ich hab den gar nicht gesehen. Ja. Ja, ich bin auch unter Drogen, Alter. Ich lag aber mich mal nicht voll hier. Hat von euch grade irgendjemand geschossen? Ja... Ist das ein... Ist das ein Scaf-Gerr? Ah, nee. Wo bist du jetzt da? Der ist auf der Bushaltestelle. Ja, ja, gesehen. ich bin so ziemlich voll na so wie ich habe noch nicht die Fender eingepackt die lasse ich da nicht liegen bei dem Bot ist die Frage wo ist er jetzt? ist er jetzt hinter der Blechhütte? wo seid ihr zwei? schon mal die erste Frage in der T-Kreuzung warte lass mich gucken du bist verletzt deswegen stehe ich ja hier schon so hinterm Stein er wird ja bestimmt hinter der Blechhütte sitzen im Hotel vorne ist hier irgendwas platt gemacht? nein ich sehe einen keiner hinter der Blechhütte ja gut dann geht er einmal um den Busbahnhof rum dann müsste er hier vorne gleich wieder um die Ecke bei dir kommen ein Bot ist wieder ins Hotel rein verschwunden aber der sollte bald verbluten weil der hat noch einen Helm ich habe den Helm da schießt eine Pistole irgendwo hinten bei dem kleinen Kiosk an der Brücke was? das schießt einer? der ist jetzt hinterm Anhänger ist ein Spieler ist das ja siehste sind doch noch nicht alle tot hinterm Anhänger sagst du? ja ja das ist bestimmt der AFK Typ nein das ist nicht der AFK Typ nein keine Mumpeln ja warte wo bist du? wo bist du? ich bin jetzt am Busch links vom Hänger da ich sehe ihn ja ja ihr habt den glaube ich oder? ja der liegt ich muss mich jetzt ein bisschen ein bisschen verarzen scheiße das kam jetzt überraschend ich komm wieder zur D-Kreuzung du bist ja bei ihm vorne oder? nein ich bin hier ah ok kommt denn der Bot da hinten auf einmal her? das war kein Bot das war ein Spieler das war ein Spieler deswegen sag ich wir hatten nicht safe alle tot das ist ein Bot der hier liegt ja ja der hat sich aber bewegt wie ein Spieler der hat sich aber bewegt wie ein Spieler du musst da hinten hinten da auf dem grünen Streifen liegt der das ist auch ein Bot ja der hat aber gespielt wie ein Spieler ja deswegen nämlich also das kann kein Bot gewesen sein nein das ist ein Scaf ja ja Scaf ja aber Spieler oder Bot das ist halt äh Scaf Spieler ja sag ich so siehste alter kommt der hier ganz her ey ja machen wir da auch ja hat noch jemand ne Bandage ne Bandage habe ich nicht dabei ne Bandage habe ich nicht dabei plötzlich hätte ich oder ein Ifak sodass die Blutung auf jeden Fall gestoppt wird ja warte komm her ja komm her ja warte wo hast du? wo bist du? ja ich bin bei Poma tu das einmal auf die Blutung ja jetzt noch einmal ich hab nix wegen am Schießen gehört Gips ja und dann nimmst du den hier den kleinen dann sind beide vorne an der Brücke bei mir ja du bist alleine da hinten wenn ich den erschieße hier vorne dann ist ja wohl klar dass ich hier bin oder? ich renne eh nicht mehr da so offen hin weil ich kein Bein mehr habe äh pardon dass ich frage vorhin habe ich nämlich schon gefragt da kam nur von Sven was du nimmst den den kannst du behalten den Ifak und dann musst du nur Puma sein Ding wiedergeben ja ja und den Ifak nur für Blutungen nehmen hast du noch normale Smet Pack? ah jetzt jetzt haben wir es ja alles klar das Ifak das kannst du behalten alles klar jo seks dein Ding wir wollen ja alle durchkommen wir lassen keinen zurück ich freue mich schon drauf wenn man die Kumpels hier nachher durch die Gegend schleppen kann das wäre bestimmt richtig geil ey oh ja wo bist denn jetzt Erwin? ich bin ja noch bei diesem Typen hab noch so einen kleinen Tisch hier mitgenommen ach so ja mein Morphin Stick lässt wieder nach ja ich hab noch zwei wenn es ist jetzt hau ich mir meinen letzten rein wenn ihr Morphin findet könnt ihr mir alles geben ja wie gesagt ne ich hab's für drei vorsichtig da vorne da würde ich jetzt nicht alleine vor weil zwei waren am Auto und sind nach rechts weg Richtung Müllcontenter einer ist in das Hotel rein und dann habe ich jetzt seitdem keinen mehr gesehen wo bist du denn jetzt? wo bist du denn jetzt? ich bin jetzt gleich am Hotel ne ich mein äh Flauschi noch bei den Containern bin ich auf der Mauer gesessen Kanate F1 weg bleiben alter äh ja ja die habe ich in den Müllcontainer geschmissen äh und den Modell des Anereinen den habe ich schon angeschossen oh groß oder klein wenns große ja dann hält nicht naja aber wenn er Bandagen hat und so benutzt hat er die auch ne ja ich weiß was er ist tot alter da schießt was hab ich da ist noch was ja oben im Hotelzimmer das ist ein Spieler definitiv der ist oben rein auf jeden Fall der sitzt im Hotelzimmer in dem ersten gleich unter dem Fenster Home unten oder oben oben also das ganz äh das erste Zimmer wenn du die obere Etage reingehst erste Zimmer links gleich ja ja ich weiß aber der will jetzt irgendwo im Hotel rumrennen aufrössend ja der so nicht erschrecken ich schieß da mal rein ich bin oben ja 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 hier oben auf der Treppe ach da oben ja musst du aufpassen weil in dem kleinen in dem großen Hotel ist einer reingegangen ja ja da hat der Helm und so nen Scheiß da hat der Helm und so nen Scheiß ja ich hör gebüsch ja das könnte ich sein hier unten am Spielplatz also im Eingangsbereich habe ich jetzt auf die schnelle links gesehen könnte rein theoretisch da oben in das Fenster mal eine F1 reinwerfen dann sag mir bescheid dann renne ich hier weg äh ich hab die Nade mal in der Hand ja dann lass Jucken ich rennen oh lauf picklocking geht immer noch nicht hier liegt drin aber sowas von LOL da sind bei mir im Hotel die Lichter mit weggeflogen alter hat das gescheppert hast du das in das kleine geschmissen? ne ich hab das gleich hier ganz rechts in das Fenster rein ja in der kleinen Hotel bei mir im großen Hotel sind die Lichter mit weggeflogen wie gesagt Vorsicht im großen Hotel müssen noch ein Bad drin sein ja der ist unter mir der zweite Etage ist der ich bin im Herd geschockt ich bringe dann NSAui ich bin jetzt im zweiten Junge 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 sicher dass er im zweiten rannt er doch hier rein wenn er mit ersten etage ist er ja ich bin gerade vom erdgeschoss hochgegangen ja musst du jeden raum durchgucken er ist hier der hat sich gedreht der muss irgendwo sein ich gehe von außen ganz nach oben was sind jetzt mit dem typen im kleinen hotel weiß ich nicht hat denn jemand im auge ja wenn alle vom hotel weg gehen ist voll finner haze also ich habe ihn nicht mehr gesehen er muss ja aber da sein er hat hinten die tür aufgemacht hinten ist die tür offen du bist ganz oben ne ich bin ganz oben ich bin auf dem vorder jetzt hier haben wir noch im erdgeschoss hinten um die ecke ja der hat sich da definitiv verpisst ja ich habe da richtig durch die wände und alles durchgepfeffert ich bin ganz oben ich bin ganz oben ich bin ganz oben ja ich kann sein ich bin ganz oben da sind wir genau auf den debout gekommen. jemand unter mir? ja ich. kannst du hier nicht. erwin du bist unten bei der leiche? ja ja. okay. ey das ist so sinnfrei dass dieses scheiß lockpicking nicht geht. hast du zufälligerweise morphin gefunden erwin? nee bis jetzt noch nicht. wie gesagt ich habe noch drei. du hast den scaf noch nicht gefunden den du angeschossen hast? nein. habt ihr die kisten schon gemacht? nein. ich geh wieder rein. ja mein morphin hat nachgelassen. ich humpel jetzt. ja warte. der liegt ganz am boden. beim laser. problem ist die türen aufmachen das will ich jetzt auch nicht unbedingt. ey der macht die türen nicht zu. macht er nicht. dann muss der draußen irgendwo rumliegen. ey der ist in die tür reingerannt und kam nicht viel raus daher. ich habe das ja die ganze zeit im blickfeld gehabt. hab ja gesehen wer wo wie hingelaufen ist. hier unten sind die ganzen türen zu. hast du mich ja zerschocken ey. ja entschuldigung. ein bisschen in den letzten raum rein zu kontrollieren ob da irgendwas ist. ja da ganz hinten da war ich drin. da hatte ich die türen aufgemacht. aber so. anderen ausgang gibt es nicht. könnte. war es hier ein merkgeschoss komplett durch? ja da waren wir. einzigste möglichkeit wäre wirklich dass das ein spieler war und der die tür wieder zugemacht hat. nur darauf wartet dass wir wieder gehen. wow. glaub ich nicht. ach gott oh gott. ja dann ist mir jetzt der helm doch durch die lampen gegangen. scheiße. gleich noch einen klotzen. also der eine hat hier noch in seinen taschen hat er noch morphine. kannst du das rausholen und mir gleich angeben wenn ich unten bin. das hieß was. was war das denn. ja ich habe keine ahnung woher das war pumpe. ja. säger aber. da war ein spieler schuss. das war keine säger net. das war eine schrottwinde in der richtige. ne 53er war das. das ist bestimmt ein scuff der noch nicht tot ist. da hinten klebt blut das heißt er muss irgendwo in den schrottchen. ne das blut war schon feuer da. okay. dachte es war von dir. erwin hast du ne schutzwestern? äh ja hab ich. geh mal auf die treppe hoch und schau ob ich von da oben irgendwas find. ah ich seh ihn hinten am blauen tontainer. auf. glaub der hat dich auch gesehen. ja ich seh ihn ich seh ihn. der liegt. liegt? der müsste liegen. ich hab zwar nur noch seine beine gesehen. durch die sträucher. aber da klappt er was weg. ja ich hab die richtung auch so gut ballert. ja ich geh mal kurz prüfen. ja der liegt. ist aber nicht der mit dem helm. hier unten die spinte nachgeguckt. nein. 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 das ist nicht der mit dem helm. da haben wir morfin gefunden. das ist nicht der mit dem helm. 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 das ist der. ja. Ja Schauen wir mal kurz den Bereich hinter der Tanker ab Morphinen gefunden Ja im Moment habe ich noch zwei Hab einen Ich habe schon Ewigkeiten keine Goldkette gefunden Ja das stimmt Machen die jetzt rar Ja das ist voll bescheuert Ja das ist voll Hab ein Boot Der oben drauf liegt Ja das ist voll Ja das ist voll Ja das ist voll Auf dem Strommasten Dann hier an der Pipeline Oben auf dem Posten Sonst noch irgendwo Könnte rechts noch einer sein Hier hinter der Kleinbarrikade ist keiner Sandsecken auch nicht Unter dem Auto Auch keiner Alter hier ist sogar ein Einschussloch In dem Baum Das ist hier mal realistisch Hörst Die Spieler haben schon alles durchsucht Hier ne Die Kannst du noch eine AK-ISU mitnehmen? Ja Ja komm her am stromast naja ich hätte jetzt gedacht der soll nochmal da oben an den typen reingucken du hast einen kleinen rucksack naja erwin ja warum ja ja weil hier oben ist ein scuff backpack den kannst du dir holen ah ok den muss er sich dann hier selber weg holen wäre echt eine schöne sache wenn man leichen verschleppen könnte ja das kommt ja noch oh siehst du ich humpel schon wieder ey wie der alter die dings des nas du nimmst zu viel davon ja du hast es an drogen musst du auf ihn drauf springen und dann auf diesen vorschrungen und dann kannst du den scuff backpack nehmen und dann kann ich dir auch noch eine akm geben du brauchst ja gar nicht rumhippen du kommst da eigentlich an die leiche ran nicht wirklich das pass auf du packst ja gleich fest ich bin festgepackt er macht alles von alleine hier oh der hüpft jetzt die ganze zeit rum von dir oder was das ist runter gefallen manchmal kriechen oder irgendwie sowas ja wenn er so festhängt dann muss er die verbindung treten hab ich schon bist du jetzt nach oben gewesen erwin ne mach das hier über die kiste auf dem sandtag voll ja genau ja du musst ja jetzt perfekt bist du oben da kannst du den scuffpack wegnehmen du kannst ihn direkt bei ihm wegnehmen ich verstehe nicht was wir meinen komm mal hier hoch ich komm hier gar nicht ran naja warte einen moment ich will hoffen dass mein trisip jetzt nicht wegpackt ja warte 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 ja ist gut ist gut liegt also ich komm da nicht ran du musstest hier weiter rechts gehen so duck dich mal jetzt war's zweit so search body ihr seid einfach pro gamer so hier komm her komm her ich schmeiß dir den scuff backpack da hast du mal die scuff weste die hängt hier oben so und dann hier ja ja hier ist der rucksack ok der finde ich größer bewegung im kleinen loch gesehen ok da muss ich weg ich hab keine granate so und ja ich hab welche großes loch gucken dann ich guck aufs große ich guck aufs große äh ich weiß an dem kleinen nur mal ne nade hinter aber bitte aufpassen da ist ne f1 oh ich geh weg warte ich hätte auch ne rgd ne jetzt schmeiß du stirbst ropschen dahinter ja alter wie die hier alle sitzen in der ecken ich geh jetzt gebrochen ok es ist passiert ne ne alles wieder verstecken ja man kennt das ja schon achso kriegst du noch ne AKN mit erwin ja ja krieg ich mit ja 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 ah sehr gut du sollst in die m4halle rein danke ja bin ich gerade reingegangen ah warte wir können auch tauschen ich geb dir die hier die ist besser die hier liegt oh ok hier war auf jeden fall einer drin ich wette scuff spieler toilettentür ist offen äh äh ich wette scuff spieler jo alles klar gut geh mal da bei den tanks hin so ich nehm aber jetzt den letzten exit ne scuff 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 hinter der m4halle ja ich sehn der liegt ja mann der hat aber gefressen so wenn ihr da noch weitermachen wollt könnt ihr machen ne aber ich muss jetzt raus ey weil ich hab keinen Bock jetzt ah ne äh auf dem factory gelände bestimmt noch welche sind und an der tankstelle leben auch noch weil es hat keiner bis jetzt auf die scuffs geschossen also müssten noch alle leben ah das hier war auf jeden fall ein bot evan du bist bei scuba oder ja 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 da ich wollte gerade sagen alter zwei voll liegt hinter euch hinter euch hinter euch der ist gerade der ist so langgelatscht das ist definitiv ein spieler hier links auf die gläsen ich wollte gerade sagen alter wie geil sich das auf zwei voll liegt dieser genau neben das Und dann rennt ihr da hinter euch lang, ey, der Arsch. Alles frei. Jihau, jede erfolgreiche Runde. Sehen. Du bist alleine. Habt ihr einen Abgang gemacht? Ja, sicher. Haben wir doch gesagt. Ich bin noch da. Wo bist du, Flauschi? Beim Waggon da oben, ne? Ja, am Baungleis oben. Ich komme gleich. Ach, das habe ich erledigt. Mal kurz einen kleinen Kugel hier in den Bot rein und dann hau ich ab. Ach, der Klappstuhl. Der hat eine Saiga. Hild. Ey, was die Morphinen dabei haben? Ja, das sind voll die Junkies, Alter. Das sind die Dealer, Alter. Ja, ja. Komme ich aber zum Exit und hau ab. Sauber! Sauber! Mach mir jetzt vom Acker. Leider. Ah, was, so trinken wir auch bald ein Schlecht. Drei. Ey, jetzt nur noch zwei. Oh, Mann. Ja, sehr gut. Grey. Vielen Dank.